Das kommt von einem neuen Video hier auf meinem Kanal LLM-NAS und Niederlandes Flughafen und dieser Aufzugsquote leider modernisiert und das ist nun ein Personalaufzug jetzt auch ein Chiplaser da oben, genau der ist leider außer Betrieb und der Aufzug direkt nebenan wurde noch nicht modernisiert aber wir sind dabei schon mit dem Aufzug gefahren werden wir nämlich nochmal damit fahren und das war, dass wir mir wiederholen sind